Hallo zusammen und willkommen zurück zu unserem wunderschönen Kaktusprojekt, das wir angefangen hatten als Kooperation mit der Fresenius Hochschule und natürlich der Bioinformatik in diesem Teil hier. Und ja, es ging darum, wir wollten Bilder klassifizieren. Ich mache nur mal ganz kurz einen Rundumschlag, damit wir wissen, was wir jetzt auch eigentlich gleich tun. Denn heute geht es ans Deployment. Wir wollen tatsächlich unsere App deployen. Way! Okay, ja, im Endeffekt ging es darum, wir mussten Bilder oder wir wollten, dass Bilder klassifiziert werden, die uns sagen, ob da jetzt ein Kaktus drauf ist auf diesem kleinen Luftbild hier oder eben auch nicht. Also in dem Fall war ein Kaktus drauf, hier auch und hier zum Beispiel ist keiner drauf. Ja, die Bilder sind furchtbar auflösend, anders kann man es wirklich nicht sagen. Wir haben dazu mit AutoML ein richtig geiles Modell eigentlich generiert, das wir mittlerweile auch verstehen, was ich euch alles erklärt habe. Wir haben die Hyperparameter angepasst. Ich bin wieder bei ADA-Delta rausgekommen. Ich habe es mal mit RMS-Prob ausprobiert und das waren tatsächlich 76% nur und mit ADA-Delta kam ich über 90%, das heißt hier ADA-Delta durchaus besser. So, wir haben hier einen Trainingsdurchlauf. Ich habe hier tatsächlich nochmal neu trainieren lassen und zwar insgesamt 12 Epochen. Wir sehen hier, das war eigentlich die beste Epoche mit 96,45% Genauigkeit in den Validierungsdaten, das heißt in den Daten, die nicht zum Training verwendet wurden, also ungesehene Daten für das neuronale Netz zumindest. Also ziemlich geil eigentlich. So, und jetzt haben wir natürlich Ergebnisse hier. Wir haben Run 8 als letztes Ergebnis. Ich habe davor noch ein paar andere ausprobiert, logischerweise. Und ja, jetzt geht es ans Deployment. Und das Deployment finden wir hier hinten in dem letzten Tab unter Inference und Deploy. So, was kann man hier eigentlich alles machen? Wir sehen hier vier Unterkategorien. Einmal Dataset-Inference, einmal Form-Inference, einmal Download und einmal Deploy. Nun, es ist ein bisschen schwierig, dass man jetzt hier so viele verschiedene Kategorien zur Verfügung hat. Eigentlich ist es überhaupt kein Problem, das hier einfach komplett zu ignorieren, muss man sagen. Denn ja, im Endeffekt brauchen wir das alles nicht. Wir haben hier, wenn wir auf, ich habe das jetzt gerade mal übersprungen, weil es dauert eine Weile, wenn wir hier auf Start-Inference klicken, beim Dataset-Inference, haben wir hier quasi einmal die Validierungsdaten, also hier steht auch, welchen Datensatz wir verwenden wollen, haben wir hier auch einmal quasi die Möglichkeit, einfach den kompletten Validierungssatz durchzugehen und uns anzugucken, was die Prediction ist und was eigentlich unser Datensatz auch aussagt. Das heißt, wir sehen hier, has Cactus und die Prediction ist ja und die Probability, also die Wahrscheinlichkeit, mit der diese Prediction ausgegeben wurde, also wie sicher ist sich das Netz im Endeffekt, dass da auch wirklich ein Cactus drauf ist, die liegt bei 100%. Also das Netz ist sich hier todessicher, dass da auch wirklich ein Cactus drauf steht, während hier ist es sich fast todessicher und hier nicht mal wirklich, aber schon ziemlich sicher. Also 98% sind wir noch wirklich viel. Genau, und so geht das eben weiter. Also ihr könnt ja wirklich durchgehen und wir sehen hier, wir sind eigentlich wirklich gut mit unserem Netz. Also die sind alle richtig klassifiziert worden. Es gibt ein paar Teile, wo sich unser Netz nicht ganz sicher ist. Also hier zum Beispiel haben wir nur 91% Sicherheit, aber ich meine 91% Sicherheit, dass unser Netz das weiß, ist schon mal gar nicht so schlecht. Und ihr seht ja auch hier, es war richtig, was unser Netz da vorausgesagt hat. Es sind natürlich auch ein paar Fehler dabei, aber das sind wirklich Grenzfälle im Normalfall. Vor allem, ihr habt ja gesehen, wie hoch unsere Genauigkeit eigentlich ist. Aber das hat für mich eigentlich nichts mit dem Deployment zu tun, sondern, ja gut, es fällt halt unter Inference, weil wir quasi unseren Datensatz ausprobieren. Wenn wir wollen, können wir hier auch einen neuen Datensatz hochladen und dann schauen, was dieser Datensatz da eigentlich tut. Allerdings brauchen wir dann auch wieder eine Test.csv, um eben zu sagen, was da eigentlich bei rauskommen soll. Deswegen, das haben wir leider nicht. Hier kommen uns nur die Validierungsdaten eigentlich zugute. So, die Form Inference. Nun, die Form Inference, ja, auch mal ganz kurz für euch verkürzt, lässt euch im Endeffekt ein Bild hochladen, mit dem ihr dann eine Prediction abgeben könnt und dann eben auch direkt die Wahrscheinlichkeit seht. Ähm, das muss nicht unbedingt eins sein, wie beim Dataset-Inference-Modell, wo man dann auch tatsächlich eine, naja, eine, ein Ergebnis dafür hat, sondern man kann hier wirklich alles hochladen, was man möchte und hat es dann am Ende hier auch bei der Dataset-Inference dabei. Braucht man aber eigentlich nicht wirklich. So, dann unter Download bekommt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal Download App und einmal Download Trained Model. Download App funktioniert leider nicht, ist aktuell noch in Entwicklung. Ähm, vielleicht habe ich da die Möglichkeit, euch irgendwann mal was Genaueres dazu zu sagen. Wenn es dann mal rauskommt, ich weiß es nicht, ähm, müssen wir da mal abwarten. Dann reiche ich natürlich auch gerne noch Videos nach. Keine Sorge. Und Download Trained Model ist eigentlich ganz cool. Da bekommen wir nämlich hier tatsächlich direkt das Cactus-Projekt 8.zip und da drin befindet sich alles, was wir brauchen. Und ja, ich verwende Winra unter Windows, weil ich eigentlich nie Windows verwende. Aber hey, ähm, jetzt muss ich das irgendwie für euch zurechtbiegen. So, wir haben hier einmal die config.yaml. Ähm, das ist quasi die Konfigurationsdatei für unser komplettes Netz. Wir haben das Mapping von den ganzen Dingern und wir haben das neuronale Netz, also das Model, gespeichert in diesem Model.h5 und die Test.py, naja, das ist tatsächlich eigentlich unser neuronales Netz, das dann ausgeführt wird. Und die lädt dann im Endeffekt dieses Modell hier und kann das dann auch verwenden. Dazu braucht man allerdings einige Python-Kenntnisse. Das heißt, man muss das Ding wirklich jetzt selber installieren, man muss die Abhängigkeiten installieren. Also wir sehen hier auch, wenn wir Test.py öffnen, das hier SciPy und SK Learn und, äh, gut, okay, Multiprocessing ist dabei. Ähm, YAML wird verwendet, Pickle, Pandas, NumPy und so weiter und so fort. Das sind alles Bibliotheken, die man unter Umständen nachinstallieren muss. Das heißt, man müsste sich daraus erst die Requirements extrahieren und müsste sie dann über PIP installieren. Das heißt, man hat wirklich das komplette Setup wieder, was man, wo man eigentlich hin muss. Und das ist gar nicht so geil, finde ich. Also hier wäre es tatsächlich richtig schön, wenn man sich eben die App runterladen könnte und dann hat man alles, was man braucht. Das funktioniert aber, wie gesagt, leider noch nicht. Das heißt, wenn ihr dieses Download Trend Model hier verwenden wollt, dann schaut euch am besten meine Python-Reihe an, damit ihr auch versteht, was da eigentlich abgeht und wie man damit umgehen kann. Das am interessantesten für euch ist aber wahrscheinlich der Deploy-Tab hier. Denn der Deploy-Tab, der ist tatsächlich dazu da, um dann einfach dieses neuronale Netz wirklich so trainiert, wie es ist, einfach auszuführen. Und das ist super easy. Das funktioniert hier, soweit ich weiß, auch mit Dockern. Das heißt, überhaupt kein Problem für euch. Ihr habt keine Abhängigkeiten, die ihr installieren müsst. Ihr müsst im Endeffekt nur einen Namen eingeben. Hier oben auswählen, welchen Trainings-Run ihr verwenden wollt. Im Normalfall den besten, bitte. Und dann könnt ihr hier den Service-Namen angeben. Wir nennen das Ding jetzt hier mal Kaktus. Ähm, Kaktus. So, und dann könnt ihr hier auswählen, This Instant und Remote Instance. So, jetzt eine Kleinigkeit für euch. Ich habe mitbekommen, dass einige von euch tatsächlich auch Schwierigkeiten hatten mit dem Training. Das liegt daran, dass ihr vielleicht von Deep Learning Studio die falsche Version installiert habt. Das heißt, es gibt eigentlich beim Deep Learning Studio zwei Versionen. Einmal trainiert ihr auf eurem PC. Da kostet euch das nichts außer Strom und eure Hardware. Und dann gibt es die Remote-Variante, die ihr nicht runterladen solltet. Ähm, ihr könnt natürlich, aber ja, da müsst ihr dann bezahlen, weil ihr das Training nicht bei euch laufen lasst, sondern auf den Google-Servern. Und die kosten natürlich ein bisschen was, weil Google stellt euch Rechenkapazität zur Verfügung. Die wollen auch wieder was dafür haben. Also, vorsichtig sein damit. Ähm, ja, aber genau das haben wir hier eben auch zur Verfügung. Wir können sagen, ich möchte das Ganze auf meinem PC laufen lassen. Oder ich möchte das Ganze woanders laufen lassen. Und zwar über SSH kann ich das sagen. Hier muss ich im Endeffekt nur die IP eingeben. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel the-morpheus.de auswählen als, ähm, als Server. Beziehungsweise ich kann natürlich hier auch einfach die IP-Adresse direkt eingeben. Und muss dann natürlich meinen Username, also im Endeffekt Morpheus angeben. Und mein Passwort, wobei das Problem ist hier, Passwort ist, ähm, ist bei uns gar nicht freigeschaltet. Also, hier müsste man, vielleicht gucken ja die Entwickler vom Deep Learning Studio hier zu. Das wäre natürlich überragend. Aber ich glaube es nicht, weil sie keine Deutschen sind. Deswegen, schade drum. Ähm, vielleicht schreibe ich mal ein Feature-Request. Hier müsste man statt Passwort auch die Möglichkeit haben, einen SSH-Schlüssel anzugeben. Weil mit Passwort kommt man bei uns gar nicht rein. Und was auch eigentlich bei den meisten Servern so standardmäßig der Fall ist. Aber gut, deswegen werden wir hier auf This Instance hier deployen. Und klicken hier einfach mal auf Deploy. Dann wird das Ganze bei euch lokal gestartet. Sprich, ihr habt hier Zugriff drauf, wie wenn es eine Web-App wäre. Also eine Web-Anwendung im Endeffekt. Und ihr findet das Ganze dann unter dieser URL hier. Und zwar Cactus V1. Jetzt habt ihr hier sogar zwei Möglichkeiten. Und zwar könnt ihr einmal hier die API verwenden. Das ist dann über Curl. Könnt ihr hier die API ansprechen. Das ist für einen Server wunderbar. Und extrem faszinierend und total einfach. Und eigentlich ziemlich perfekt, muss ich sagen. Ähm, und da könnt ihr dann auch eine richtige Web-App drumherum bauen damit. Also ihr könnt euch dann einfach mal meine Web-Application-Tutorials angucken. Zum Beispiel HTML, CSS, JavaScript und so weiter. Und könnt dann einfach das hier als API-Endpoint verwenden. Ähm, den ihr dann zum Beispiel mit Angular oder sowas ansprecht. Und dann eben eine App drumherum bauen. Wenn ihr das wollt. Also da ist tatsächlich auch der Endpunkt da. Also quasi als Microservice, wenn ihr so wollt. Oder ihr habt hier sogar eine kleine grafische Oberfläche, mit der man das dann eben tun kann. Dazu gehen wir mal hier rein. So, ihr erinnert euch. Das hier war der Datensatz, den wir verwendet haben. Das heißt, wir haben hier Train tatsächlich verwendet. Hier waren die ganzen Trainingsbeispiele drin. Den haben wir hochgeladen und dann zum Trainieren verwendet. Jetzt ist hier allerdings auch noch ein Test.zip drin. Und diese Testdaten hier, die sind wirklich einfach nur Bilder, die, naja, keine Lösung beinhalten. Das heißt, wir wissen nicht, was dabei eigentlich rauskommen sollte. Und das sind jetzt im Endeffekt Bilder, die wir klassifizieren wollen. Das heißt, wir können hier tatsächlich hergehen und sagen, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel, also wir haben gerade als, äh, mit einer Drohne zum Beispiel gerade ein Foto geschossen. Und das ist dieses Foto und wir wollen wissen, sind da jetzt tatsächlich Kakteen auf diesem Foto drauf? Ich mache nochmal ganz kurz das Foto auf, damit wir das auch sehen können. Das ist das hier. So, äh, es ist unfassbar klein. Ups. Und ich kann Windows nicht ausstehen. Habe ich schon mal erwähnt, ne? Äh, das ist das Foto im Endeffekt. Und, ja, da müssen wir jetzt unser neuronales Netz fragen, hey, steht da eine Kakteen, äh, steht da ein Kaktus drauf oder nicht? Und, äh, das machen wir, indem wir hier einfach Submit klicken. So, und dann warten wir kurz und das Bild wird erstmal hochgeladen und anschließend von unserem neuronalen Netz klassifiziert. Sprich, hier ist dann eine Prediction dabei. Das heißt, unser neuronales Netz sagt, ja, da ist ein Kaktus drauf und ich bin mir zu 99,99% sicher, dass ich recht habe. Nicht zu 100%, es könnte auch anders sein, aber es ist sich zu 99% sicher. Und ich glaube, das ist wirklich gar nicht so schlecht. Also, so generell, was den Workflow von einem neuronalen Netz oder von einer KI angeht, ist dieses Tool eigentlich echt das Nonplusultra. Was, also, das hat fast alles, was ich mir wünschen würde. Klar, es gibt ein paar Sachen, wie zum Beispiel hier dieses, einige Features, die eben noch nicht verwendbar sind. Zum Beispiel Download-App oder eben hier auch die Remote-Instance mit einem SSH-Key. Aber an sich muss ich sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Ist sehr, sehr angenehm und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei einem eigenen Projekt. Aber wir machen hier natürlich noch weiter. Wir sind ja jetzt erstmal hier mit einem Bild-Projekt am Start und anschließend mal gucken, was wir machen. Vielleicht finde ich noch einen coolen Datensatz, den wir dann auch nochmal in eine kleine Challenge oder sowas umwandeln können. Und ja, das war es von meiner Seite. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.